Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Road of Warships. Genau so ist das Ding. Iron Corp, Rem Corp. Oh, wir haben ja schon fast einen deutschen Konvoi, ne? Doch geil, oh, nice, oh. Ryu. Mal schauen, was heute so alles angeht. Oha. Gegnerische Streitkräfte am Horizont. Okay, okay, okay. Wir wurden schon entdeckt. Naja, ist auch nicht schwer, das Riesenteil hier. Ah, wir fanden die König. Oh, das seht ihr hier unten. Ne, wir laden AP. Oder HI, oder AP, oder HI, oder AP. Ja, ist egal. Macht mal, Jungs. Ihr macht das schon. Macht mal. Zwei Flugzeugträger? Oha, das. Können wir uns ja drauf einstellen, dass hier so einige Torpedos auf uns kommen werden. Oder Bomber. So wie da die Nerven gerade bekämpft wird. Na, da will auch unsere Flaggen. Wir schießen da nicht. Jetzt zieht er die alle weg. Ich glaub das nicht. Komm hier zurück. Meine Flaggen hat auch noch ein paar Schuss für dich. Wow, warum leckt denn das schon wieder so? Also Kabel Deutschland, Vodafone kannst in letzter Zeit echt in die Tausse drehen. Nee, geht ja gar nicht, oder was? Guck, das ist mal ein bisschen weg, ey. Das geht ja gar nicht. Megagell. Ihr schießt einmal und was ist? Das dauert ja Ewigkeit, wenn wir da ankommen. So, Stefan war auch schon bekämpft. Was heißt, Stefan? Flugzeug eher. Hauen wir auch nicht ran. Was ist denn das für ein Ruckeln und Lecken, ey? Das kannst du ja keiner erzählen, oder was? Was ist denn das? Jetzt muss ich mal so gucken, ne? So, wollen wir auch mal weg? Mal gucken. Ja, das kann es doch nicht sein. Da steht bestimmt einer wieder auf der Leitung im Haus. Ich spüre es doch schon wieder. Irgendein Handwerker mit einer Leiter. So ein dicker Maler, meinst du, oder so? Ich weiß es nicht. Ah! Oh. Dankeschön. Na, guck mal da hinten. Oh, oh, oh. Was ist da? Oh, da ist ja was. Da ist ja was. Uh, ist da da? Macht es uns jetzt natürlich ungemein schwer, so zu treffen. Wenn das hier so... Im Zeitlook mäßig. Aber das sieht gut aus. Also. Wieso? Nein, die Scharen aus. Die kann natürlich weiter schießen als wir. Oh, 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 oh. Warum nicht drauf schießen? Oh, Königsberg! Eine Minute 30 gibt es auch einen Sturm. Genau, wenn Eisenhower nehmt mal einen mit mir. Wir drehen mit bei. Damit wir mit schießen können. Das war nicht so die beste Sache, die wir gerade machen. Aber wenn wir noch ein bisschen schräger fahren. So ist es besser, Juhu. Oh, ich weiß nicht. Ei, ei, ei. Aber da sind ja noch die anderen. 16,5, 16,4, 3, 2. Ich schieße mit Brandgranaten, ne? Mit Drecksack. Gar nichts. Also, wir brauchen natürlich unsere Geschütze 3 und 4 wieder Ewigkeiten. Aber da kommt schon wieder was auf uns zu. Hier kommen Torpedos. Wir drehen ab. Schieße noch einmal eine Seite. Abdrehen. Uh, ein Wirbelstuhl. Scharenhorst, kommen wir nicht ran. Oder? Doch. So, nice. Aber hier Scharenhorst kriegen wir nicht. Also nehmen wir den. In New Mexico eigentlich kriegen wir nicht. Also nehmen wir den Scharenhorst. Dreht sich auch gerade super rein. Und natürlich schießt sie auf uns. So, ein Viertelfahrt voraus. Okay. Okay. Okay, wir drinnen ab. Der Böbelsturm hat sich jetzt alle verdeckt. Können wir jetzt haben, bezahlt uns zu reparieren. Also auch bitte nötig haben. Die Fuso müsste eigentlich repariert werden, so, von Haus aus, durch den Regen. Also gelöscht werden, nicht repariert, sondern gelöscht werden. Und wir können jetzt versuchen, Jagd machen auf den hier im Flugzeugträger. Der ist ja da hinten irgendwo. Ich muss sich die Fuso bestimmt anschließen mit. Oh, oh, da war das Mikro. Also, wenn das Ding weg ist, dann haben die nichts mehr zu lachen, so wirklich, wenn beide weg sind. Können ja AI laden. Ach, guck mal, die werden sogar verdeckt da hinten, die Schweinehunde. Wir waren schon das Flakfeuer dort am Start, ne? Und die Torpedo, und wechseln die Torpedos. Geil, nice. Und die nächsten? Schließen wir mal. Können wir sogar noch mitschießen? Oder auch nicht. Aber ich stelle mal ein Flakfeuer. Ich dachte schon. Warte. Habe ich mir gerade gesagt. Wenn der Wirbelsturm noch länger anhält, haben wir sogar Glück. Okay. Dafür nur würde es sein. Würde ich gerne, würde ich gerne, aber ich komme nicht ran. Oder ich sehe es nicht, besser gesagt. Der Wirbelsturm tut uns echt richtig gut die Sicht vermiesen. Hätte ich nicht gedacht. Entdeckt von Flugzeugen. Guck mal da. Kurze runter, die Hunde. Hallo, solst du runter? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020